online geister thema der sendung hallo podcasthörer und willkommen zurück radiohörer bei den online geistern und wie ebenso schön besungen ist das thema natürlich tik tok und wer kann sich von euch noch an die mini playback show erinnern ich weiß es ist ein ganz starker sprung zurück die guten alten 90er ich war vor kurzem bei meinen schwiegereltern zu besuch gewesen da lief gerade im fernsehen so den 90er charger wo ich gemerkt habe oh jetzt bist du anscheinend doch schon so alt insofern muss ich echt mal fragen wer die mini playback schon noch kennt aber wo ist der zusammenhang es gab tolle kostüme nach hat nach den lieblings songs gesungen und das ganze wurde aufgezeichnet sich familie und freunde angucken können was soll es mit tik tok zu tun haben finden wir es raus erst mal ja also das ist im grunde tik tok tik tok ist genau das auf eurem smartphone ihr sucht euch ein lied aus ihr tanzt dazu ist lustige kostüme an und es ist halt auch verdammt beliebt wie beliebt ist das gerade christian wir haben eine studie beziehungsweise infografik die auch bei social media statistik mit veröffentlicht ist basierend auf quelle priori data in indien alleine haben im jahr 2018 119 millionen menschen tik tok sich runtergeladen ganz wichtig ist eine app ein bisschen weniger ich war bei 200 millionen aber 119 wir haben zehntel allein oder von indien zehn prozent das ist eine menge und etwa genauso viele auch in deutschland da waren es 8,8 millionen dieses auf ios und android geräten also wir reden jetzt hier nur von mobilen downloads denn tik tok ist eine app ist eine applikations anwendung aber eben 8,8 millionen also mehr als zehn prozent der gesamtbevölkerung in deutschland haben sich runtergeladen auch erst mal gute zahl aber was ist halt die aussage zahl der downloads versus zahl der aktiven nutzer denn da sind wir bei tik tok aktuell in deutschland so etwa bei 4,1 vier komma etwa in der größen ordnung millionen nutzer die auch tik tok aktiv nutzer das ist schon eine ganze nicht viel twitter nutzer haben wir in deutschland letzte folge da hatten wir ja in der letzten folge kann man sich noch erinnern das waren auf jeden fall wesentlich weniger als tik tok und da gibt es schon seit 2006 also das ding ist ja immer dann beliebt und warum ist das so beliebt und wir haben schon mit dem playback show angesprochen und das macht das eben zugänglich und wir haben ja vor der sendung auch ein bisschen rumexperimentiert und mal auch ein kleines tik tok video mit aufgenommen dass wir auch was gemeint etwa sinngemäß das macht macht spaß irgendwie damit rumzuspielen also kurz grundlegend zum funktionsprinzip wenn es überhaupt nicht kennt und auch die mini playwerk show gerade kein bild vor augen habt im prinzip den video von euch auf und könnt dann mit tik tok euch irgendwie eine sound datei aussuchen die schon während der aufnahme dazu läuft und dazu bewegt ihr lippen tanzt stellt eine ganze szene nach seid geschminkt habt ein kostüm an und das als kurzer videoschnipsel wird dann hochgeladen ins internet und leute können sich das angucken und da werden halt schadlieder und sonstiges gespielt generell aber auch gesagt das eigentlich ist halt eben ihr nehmt euch mit tik tok auf ihr müsst ja jetzt nicht zwangsweise kostüme zu anziehen aber viele machen es halt gerne gestalten das einfach noch ein bisschen aus so ähnlich wie bei youtube videos das ja auch sehr beliebt ist es ist super einfach da irgendwas zu einzufügen sehr simpel video editor den es dann noch gibt um sachen rauszuschneiden zusammenzufügen da gehen wir sowieso noch mal ein bisschen auf die gründe mit ein aber vielleicht auch als eine erklärung warum ist diese scheiße eigentlich so beliebt weil tik tok auch scheiß viel geld rein steckt also genau gesagt beid dance das ist das tik tok betreibende unternehmen also der tanzende beid wirklich auch genauso geschrieben b y te d a n c ich selbst benutze den adblocker aber ich habe schon auf youtube gehört dass viele die tik tok werbung schon nervt weil die so exorbitant oft gespielt wird ja und tik tok macht halt auch wirklich massive werbeausgaben also da gibt es auch witzigerweise bei tik tok auch zum beispiel werbung auf snapchat für bei der direkten konkurrenz im prinzip ja also tik tok macht also die expandieren in allen möglichen bereiche und da facebook google und co natürlich auch werbeanzeigen ermöglichen da machen sie auch natürlich dort direkt diese werbung ich meine am ende man will halt erstmal international bekannt werden beid dance ist ein chinesisches unternehmen und die haben immer das große problem dass diese apps und anwendungen in china zwar durchaus bekannt sind aber weniger im internationalen bereich ist halt immer noch durch die great firewall mindestens ein kosmos für sich auch teilweise kulturell bedingt china ist in der statistik von gar nicht aufgetaucht haben die sind laufen die aus der konkurrenz oder gibt es da tik tok an sich gar nicht nur das unternehmen also da gibt es tik tok zwar schon aber china fährt bei solchen statistiken generell einfach hinten über weil eben die great firewalls dort alles zensiert okay also wir können nicht sagen wie viele das haben wenn ich wissen das chinesische intranet ist quasi das chinesische internet ist quasi das größte intranet der welt das ist so das allgemeine problem was halt statistiken auch ein bisschen erschwert deswegen taucht das jetzt bei dem priori data ergeblich wenn das eigentlich in china sitzt tik tok ist bestimmt nicht ganz unproblematisch oder ja das wird uns in mir auch gleich zur zweiten frage ist tik tok fragwürdig gerade auch wenn selbst die stars tik tok mein ich meine dass du gerade schon mal von lisa und lena gehört oder die namen sagen mir was ja die sind auch irgendwie zwei junge damen die ja also das sind ich glaube immer noch die loggies in weiblich oder so ja das ist glaube ich immer noch zahnspangen tragende inzwischen nicht mehr teenager sie sind schon über 18 aber die haben so mit glaube ich 14 angefangen bei musical.ly das war quasi die vorgänger anwendung von tik tok da haben sie halt angefangen und im april 2019 haben sie ihr tik tok konto gelöscht mit stand zum löscht datum 32 millionen abonnenten damit waren sie mit abstand die populärsten warum das gelöscht wenn die nicht so beliebt waren unter anderem weil ihnen die app zu unsicher sei also datenschutzrechtlich zu unsicher na gut wahrscheinlich werden einfach alle sachen die da hochgeladen werden durch irgendwo gespeichert und verarbeitet in china ja und wir reden hier immerhin von einem jugendgefährdenden betreiber auf kommunistischer staatslinie um mal einen vorwurf in den raum zu stellen dem weg ist der pornografie auf tik tok also jugendgefährdenden insofern da hat tik tok jetzt nachgebessert da habe ich auch eine pressemitteilung von tik tok vorliegen in der es darum geht seit übernahme von musical.ly hat tik tok also jetzt zitat seit übernahme tik tok verschiedene maßnahmen ergriffen um nutzerinnen und nutzern die möglichkeit zu geben ihre privatsphäre und sicherheitseinstellungen an ihre bedürfnisse anzupassen so informiert tik tok in einem sicherheitscenter über relevante aspekte der app mit einer blog serie und kurzvideos wird gezeigt wie nutzerinnen und nutzer ihr profil sicherer gestalten zitat ende okay das ist auch wie bei facebook quasi das wollen sie machen aber am ende ist es halt ein chinesisches unternehmen und das ist halt auch das problematische bei tik tok zum einen wurde tik tok im märz erst wegen verstößen gegen den kinder- und jugendschutz in den usa zu 5,7 millionen us-dollar strafe verurteile ich mich dran darüber haben wir berichtet genau da haben wir auch in unserer märz folge berichtet exakt und das nächste problem ist halt eben auch dass tik tok halt auf staatslinie der kommunistischen partei in china sich bewegt was gegen kommunismus ich habe nichts gegen kommunismus ich habe nur was gegen den chinesischen selbst ernannten kommunismus denn es ist keiner theorie und praxis möchte ich bitte schon unterschieden wissen das problem ist halt einfach die und das kann ich nicht anders sagen an der stelle diktatorisch regierende kommunistische partei in china oder die kp ch die kommunistische partei chinas haben halt nicht gerade die weißeste weste was menschenrechte angeht um es mal nett zu formulieren und ein unternehmen in china muss sich halt auch irgendwo dem staat unterwerfen ansonsten darf es halt nichts machen der staat in china darf alles halt auch so ein unternehmen verstaatlichen das ist so das große problem das tik tok halt auch hat oder wie jack ma der chef von alibaba es mal ausgedrückt hatte flirte mit ihnen aber steigt mit ihnen nicht ins bett es ist halt immer so ein tanz auf der klinge aber dick doch macht so viel spaß facebook hat auch sehr viel spaß gemacht bis diese ganze datenschutz scheiße kam das internet hatte nicht viel spaß eigentlich rüber leiten zu heroin macht auch spaß ja ich meine wenn du mit spritzen spaß hast ich mache seit jahren desensibilisierung was meine heustupfen angeht da hat die spritzen vom hno-arzt ich weiß nicht was du gerade egal aber das problem ist hat einfach tik tok ist durchaus ein bisschen fragwürdig aufgrund des hintergrunds ist auch nicht dass da facebook und google oder so sonst was besser sind aber man hat halt noch ein bisschen mehr kontrollmöglichkeiten bei diesem unternehmen im gegensatz zu tik tok was hat eben aufgrund der zerkunstanz china einfach schon aufgrund der tatsache bedenklich ist und warum das so viele nicht wissen es ist auch sehr beliebt tik tok wahrscheinlich aber auch weil sich viele schon im interface gut zurecht finden man könnte ja sagen tik tok hat alles schon alles nur geklaut ja könnte man sagen aber ich würde besser mal gut geklaut als schlecht selbst gemacht wir haben irgendwann sache auf instagram funktioniert wir kommen da später noch mal zu dann kann man es ja auch einfach noch mal benutzen leute kennen dass leute benutzen ist und es hat ja auf user interface gibt selten copyright das einmal und am ende geht es auch darum dem der nutzer soll entspannt bleiben und sich nicht seinen kopf verlieren bei der ganzen benutzung kenne ich schon klicke ich drauf bämm wunderbar genutzt was ich nicht kannte sind die vielen lieder die artikel benutzt wurden weil das teilweise charts sachen sind teilweise andere sachen und ich habe richtig recherchiert um passende musik zu finden für tik tok und was überrascht hat ist dass auch die da und ich eigentlich nicht überraschen die da aus musical benutzt werden weil die ja auch oft sehr szenisch aufbereitet sind und so bin ich auf das musical aus großbritannien gestoßen das six nennt und von den sechs frauen von henry dem achten also heinrich dem achten handel die man eigentlich nur so als abzählvers kennt die wars beherdet die wars beherdet zur weift und weil die mehr sein sollen als nur ein wort hat jemand daraus musical gemacht und ein lied was bei tik tok oft benutzt wurde handelt von der zweiten frau en bolin und ihr könnt ihr mal raten welche stelle aus dem geht gerne von tik tokern benutzt wird um ja daraus kleine videos zu machen aus dem musical six don't lose your heads das lied der zweiten frau von heinrich dem achten der bekanntermaßen sechs frauen hatte und das wird zurück im thema der sendung online geister thema der sendung denn aus diesem lied werden oft bei tik tok gerne benutzt gerade so die dialog sache wenn die protagonistin mit dem chor interagiert oh oh here we go nimmt dann gerne ich hätte verschiedene einfach nur mädels gesehen die so irgendwie rumsitzen und dann den augen rollen oder das ganze nach einem kostüm irgendeinem lara croft kostüm die die szene nachgestellt hat weiß nicht wie es laura croft kommt aber okay cosplayer kann auch sein irgendeine convention nebenher und sowas hat man eben auch als tik tok challenge ist dann in den tik tok charts oben auftaucht man super simpel in sein video einfügen kann um da seine eigene version von zu drehen gerne auch mit statisten damit dann aus der ecke gesprungen kommen und die dekor passagen synchronisieren quasi auch einen grund warum tik tok so schatz populär sind eben diese challenges diese da halt im regelmäßig gemacht werden so wie wir damals als wir uns in folge nr 5 das schon ewig her mit snapchat auseinandergesetzt haben ist ja so 2016 gibt es bei tik tok auch vor allem diese interaktion bei challenge bei snapchat hatten wir diese takeovers gehabt dass andere nutzer an einen tag mal das gesamte konto übernehmen halt eigene inhalte produzieren und bei tik tok haben wir dann eben diese challenges ähnlich wie man es bei youtube und anderen plattformen oder instagram gibt es auch regelmäßige challenges hatten wir erst vor kurzem diese trash tag challenge müll aufsammeln das was lydia und ich mache jetzt gerade bei einem neuen trend mit nennt sich blogging kommt aus schwäden das ist eine schon aus dem schwedischen begriff für müll aufsammeln also halt eben aufheben und jogging also halt eben beim joggen beim sport machen daraus in der natur sammelst du halt eben auch den müll auf der dort liegt okay kurz mal auf der saale paddeln gewesen haben ordentlich zeug sammeln können in unserem kanu also es ist erstaunlich was du an allen spray dosen also die verdeo spray dosen gefunden hast aber es hat eben auch zu dieses prinzip von challenges von herausforderungen von community interaktion ja das natürlich auch mit dem lied ist jeder kennt was gerade die charts schlimm weil die billy eilish war sehr beliebt auch mit interaktionen was wir auch gemacht haben folgt uns auf tik tok i'm a bad guy da kann man wunderbar einpacken die musik ist funky man ganz so tanzen sich irgendwie präsentieren es gibt leute die echt gut tanzen auf instagram instagram auch aber auf tik tok ja einfach nur irgendwie machen was gerade populär ist sogar die anderen filmen lassen und dann dazu cooles muss machen da hat auch übrigens das content format der öffentlich-rechtlichen funk das ganze für sich entdeckt und hat auch einen eigenen tik tok kanal online gestellt genau wirklich wie man es bei bringt linktipp kommt nachher noch apropos funk ein guter kollege von uns das hat für die wichtigsten sachen von tik tok zusammengefasst und noch mal darauf eingegangen was die sich alles geklaut haben und ich würde sagen wir hören mal kurz rein genau spot up wir haben uns die app mal angeschaut kurz den glauben an die menschheit verloren und uns dann das hier gedacht das ist doch schon alles längst bekannt der verdacht drängt sich auf das ist alles wie das bühnenprogramm von marcus krebs aus dem internet zusammengeklaut das geht schon beim grundkonzept los sehr kurze videos mit lip sync und tanz content das gab es doch schon bei wein vor nicht allzu langer zeit das war die app die mitte der 2010er jahre durch die decke ging die twitter für 30 millionen dollar gekauft hat die 2017 eingestammt wurde und der niemand eine träne nachweint kommen wir zum design die profilseite die kacheloptik selbst der bar am unteren teil des bildschirms kennen wir alles von instagram dann die mechanismen innerhalb der app diese lebenswichtigen filter funktionieren genauso wie bei snapchat dann der geneigte mobile gaming nutzer kennt die idee mit der ingame währung schon lang die dann in live streams an freunde und influencer gespendet werden können wie bei twitch das hat alles einen großen vorteil der user kennt es und findet sich somit in der tik tok app schnell zu recht erst mal danke und zurück ins studium halle link natürlich gerne zum original youtube video von walulis der immer auch auf humoristische art und weise sich mit aktuellen themen aus dem internet und ich gesellschaft das einzige von funk was ich regelmäßig gucke okay also ich schauen in letzter zeit auch recht häufig war eben auch so hat eine schöne länge und fast es hat in dem fall gut zusammen und deswegen hat auch unsere zusammenfassung für euch er hat schon gut gemacht da müssen wir uns jetzt nicht irgendwie was zusammenstammeln kann am ende noch mal zusammenfassen besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht und vielleicht auch eine zusammenfassung was ist tik tok nun eigentlich machen video von dir wie du singst oder irgendwas witziges tust und stelle es online punkt und als halt eben über diese tik tok app mehr ist es ja eigentlich nicht und eben experimentieren habe ich herausgefunden das macht halt spaß sich selbst zu präsentieren das ist ja wie youtube groß geworden ist dass leute sich selbst in zähne gesetzt haben und mit tik tok hast du das alles eben in deinem smartphone was inzwischen sowieso fast jeder hat ich immer noch nicht aber ich glaube wenn ich so ein zweifel hätte wäre ich echt versucht mit tik tok runter zu laden trotz den ganzen bedenken und dazu irgendwelchen liedern nicht da selbst reinlade die ich irgendwo her anders ziehe die gerade beliebt sind auch irgendwie einen scheiß zu machen einfach weil das das spaß macht da teil dieser sache zu sein das hat so etwas menschliches und so ein reiz den jeder verspürt okay die haben gerade spaß ich will auch spaß haben ich zeige mich wie ich spaß habe der spaßfaktor sollte denn auch nicht überraschen dass eben tik tok vor allem bei jugendlichen beliebt ist also tik tok haupt zielgruppe ist so alles zwischen 10 bis maximal mitte 20 also tik tok ist offiziell erst ab 13 jahren freigegeben aber so die übrigen teens und trends tik tok ist auch gerade im grunde die jugendlichen app schlechthin abgelöst oder das war es war es ja 2016 2017 kam podcast mal kurze zeit wieder 2018 da war so der international dann tik tok immer stärker gewesen hat musically quasi so eine fügungsrolle mit eingenommen und wurde dann ja aufgekauft also wer musically noch kennt da sind ja auch lisa und lena groß geworden mit und inzwischen halt auch die wurden sich vor allem ihre schauspielkarriere jetzt wird mit das war auch einer der gründe weswegen sie dann ihren tik tok account geschlossen haben cool da bleiben dran auf jeden fall und darüber sind es halt eben auch mit bekannt geworden und musically wurde halt eben aufgekauft von dem ich wie gesagt chinesische unternehmen beide dance was hat einfach nur musically zu tik tok rüber gezogen hat also es ist nicht so dass man aus der einen ab und andere oder beides verschmolzen hat sondern einfach nur musically quasi dicht gemacht so das beste vielleicht nach an funktionen sich irgendwie rausgenommen was so im hintergrund vielleicht lief aber effektiv war es eigentlich nur musically gab es irgendwann mal ein update und dann wurde es plötzlich zu tik tok mehr war das an der stelle nicht super easy und die app selbst ist ja eigentlich auch super easy das hat ja weil du das schon schön zusammengefasst in seinem video und es ist an sich eine echt simple angelegenheit und das ist aber auch eigentlich das schwierige muss ich sagen also ich bin ja auch gerade dabei mit der seminar so etwas vergleichbares aufzubauen jetzt nicht wie tik tok aber im sinne von was einfach zu benutzendes und da halt wirklich zu sagen was brauchen wir was brauchen wir nicht also dieser diesen minimalismus in so einer benutzer oberfläche zu leben ist scheiße schwer das hat facebook schon ordentlich versemmelt das ist instagram gerade dabei ordentlich zu versemmeln was hat ihm immer mehr immer mehr funktionen gibt ich kann bei instagram inzwischen videos angucken über dieses ig tv ich kann bei instagram stories erstellen ich kann auch weiterhin fotos erstellen ich kann das ding auch als messenger verwenden was ist das jetzt eigentlich das geht alles bei tik tok nicht beziehungsweise hier und da vielleicht aber hauptsächlich das tik tok hat eben ähnlich wie snapchat für diese der story ähnlichen formate eigentlich bekannt aber im gegensatz zu snapchat bleiben die bei tik tok erhalten ganz wichtig die löschen sich nicht selbst selbst wird selbst gelöscht außer du machst ein screenshot wo der andere nachricht wird tik tok bleibt alles noch da es gibt auf youtube zig tik tok compilations die man sich da angucken kann die ich auch durchgraschiert habe um auf solche lieder zu stoßen wie das was ihr vorhin gehört habt aber auf tik tok selbst werde auch ständig wenn du gar nicht selber machst stück für stück die einzelnen anderen tik toks heißen die tik toks die videos sind die tik toks ja content einfach der content der anderen user hochgeladen auf kann man da jemanden folgen eigentlich wollte ich nochmal nachfragen wir haben ja noch ein paar linktipps das wären einmal nachdem lisa und lena ja erstmal rein rein technisch also kannst du auf jemanden klicken dem möchte ich folgen ich möchte alle seine neuen videos sehen kannst du kannst leute ganz normal also das ist im grunde analog wie bei youtube mit diesen abonnieren oder wie man es von instagram kennt auch kann jemand abonnieren oder ich kann von jemand abonniert werden und der kommt dann bevorzug wenn die app öffnest wird er dann angezeigt die neuen sachen oder kommt auch trotzdem noch was zufälliges und mussten erst anklicken und seine neuen sachen suchen bei tik tok gibt es werbung also wird auch immer wieder anderes mit gestreut werden und wenn halt eben kein content mehr von den leuten da ist die du abonniert hast dann kommt natürlich auch zufälliges aus dem stream ähnlich wie man es bei youtube ja auch kennt wenn ich halt nichts habe dann macht mir youtube halt eben irgendwelche vorschläge von angeblich tollen videos genau die vorschläge die empfehlungen und genau unsere empfehlungen du hast ein paar zusammengesucht wir wollen jetzt so eine kleine neue kategorie mit aufmachen linktipps zum abschluss des themas der sendung immer mal so unsere empfehlungen das wären nachdem lisa und lena jetzt weg sind ist er jetzt der erfolgreiste deutsche sprache lisa und lena hatten 32 millionen abonnenten bei lösungsaccounts und unser der zweitplatzierte hat gerade mal 6,3 millionen also gerade war es auch eine ganze menge außerdem bruchteil von den 32 millionen aber da merkst du auch durchaus schon den fall und mir ist selbst auch schon sehr häufig aufgefallen es ist zwar irgendwo böse sexistische sagen es gibt jungs und es gibt mädchen apps aber gerade so sehr kommunikativ und kreativ ausgelegte applikation sind meistens ist halt vor allem bei frauen beliebte sachen und tik tok ist halt auch so eine eher weiblich dominierte applikation wie gesagt es ist böse sexistisch sowas zu behaupten aber es gibt halt zumindest trends es gibt so eine skala wo man sagen kann es schlägt eher richtung frauen aus was zumindest die creator angeht konsumenten kann ich jetzt wenigstens sagen aber diejenigen die bei tik tok produzieren sind tendenziell eher weiblich mit ausnahmen würde ich jetzt nicht dagegen sagen das ist nur anekdotisch jetzt nicht nachgewiesen aber ich habe auch mehr frauen gesehen die in sachen waren aber der trend geht halt so ein bisschen in diese richtung wenn gleich unser zweitplatzierter in dem fall ein herr ist den ich immer übertrieben betonen aussprechen möchte falco punch also wie der move von dem jahr nur das charakter ohne falko punch nennt er gute sich also punch wie schlag auf englisch nicht wie punch das getränk und falco wie der sänger das einfach nur als aktueller biebte stop als komplett neutral es ist auch ein ich glaube 21 jähriger aus deutschland kommen da auf jeden fall und was macht er hauptsächlich auch halt eben unterhaltung content ganz klassisch also in dem fall auch ohne wertung einfach mal erst aktuell der populärste das heißt nicht dass er gut ist ist aber nur der populärste aktuell bei tik tok in aus deutschland kommend was wir aber auf jeden fall empfehlen können wäre move to also bewegen und die ziffer zwei als tik tok account das ist der von funk den ich schon mal mit erwähnt hatte da gibt es tanzkoreografien was passt wunderbar ja ich meine funk möchte ja sowieso im reich bildungsauftrag was machen und hey wenn die leute dort sowieso schon sich bewegen kann man ja gleich noch ein paar tanzkoreos mit empfehlen der floss der einkaufswagen mein lieblings muss und da gibt es halt viele empfehlungen und wir sind natürlich auch bei tik tok wäre nicht so häufig was aktualisieren wie das jetzt vielleicht vor jeder folge einen kurzen tik tok machen können wir gerne machen aber dann wird wir zumindest einmal monatlich was ist ein start aber es hat auch immer wo der schwerpunkt liegt wir sind unter der seminar erreichbar bei tik tok links zu allen anderen packen wir euch auch einfach mit in die show notes rein die gibt es dann ganz klassisch unter online gast.com für die neutralität doch an der stelle und noch zwei weitere linktipps einmal haben robin blas ist podcast game of phones nie gehört ist auch recht frisch an der stelle ich glaube es war es folge vier oder sowas gewesen bei ihm rob blase als youtuber rob bubble vielleicht bekannt so im dunstkreis von le floyd und alles ist der auch mit unterwegs falls man ihn da vielleicht daher kennt ist es halt auch im podcast bereich immer stärker mit unterwegs wie es aussieht und der podcast ist auf tik tok und der podcast den gibt es zu tik tok den podcast selbst kann man bei soundcloud nach aber der podcast ist zum thema tik tok und thema eben coole app oder gefahren mit jannis schakarian bei im game of phones ach so er ist selber kein tik tocker er macht ein podcast eine folge auch zu tik tok und die ist eigentlich ganz hören wer ganz hörenswert kann ich da mal mit empfehlen und auf der plattform schau hin einer initiative des bundesfamilienministeriums also des deutschen bundesfamilienministeriums adzf und tv spielfilm gab es auch einen beitrag zu tik tok mehr sicherheit für kinder das ist so vor allem für allgemeine übersicht man sich vielleicht mal angucken wenn man sorgen hat ob es so gut ist für die kinder ja oder vielleicht für sich selbst bevor man es irgendjemandem weiter empfiehlt ja oft sachen die gut für kinder sind sind oft auch gut für erwachsene und das sowie alle weiteren links und quellen packen euch natürlich in die show notes dann erreichbar unter online gast.com schrägstrich folge 0 3 8 wunderbar vielleicht könnt ihr ein tik tok zum folgenden lied machen das wird jetzt ein harter thema wechsel ich war nämlich anfang des monats auf dem rockharts und ich kam nicht drum herum diese wunderbare band reinzunehmen die am samstag früh das festival aufgeweckt hat und noch vor halb zwölf sehr leer vor der bühne aber wurde sehr schnell sehr voll als die losgelegt haben das waren follow the cypher mit dem lied valkyria die ich auf dem rockharts gesehen habe auf dem festival shirt stehen die ganz unten nächstes mal hoffentlich ein bisschen höher ja ich sehe es kurz über deine hüfte genau ich fand die nämlich ziemlich cool und wir sind gut durchgekommen aber trotzdem schon am ende und damit was bedeutet online geister feedback feedback ja und wir haben welches kommentare genau also einmal vom fünften siebten von big bow 55 tolles format mal absatz vom alltag wieder was dazugelernt ihr was dazugelernt lese ich häufiger wenn es uns ums geht und mal was neues meint auch jemand am tag davor am vierten auf dem ersten blick war mir der inhalt nicht ganz klar aber das konzept ist sehr interessant sollten sie sich mal ansehen anhören an sie sich mal anhören ich habe er hat auch sehr für höflich formuliert ja vielen dank für die netten kommentare ja das weiß in dem fall von apple podcast da sind wir auch immer sehr sehr dankbar und ja gebt feedback sehr sehr gerne und lassen sprachnachrichten schickt uns tiktoks mit liedern aus der sendung oder spielt uns eure lieblingsmomente nach aus aus der sendung könnt ihr audiodateien da reinladen bei tiktok und dann kontaktiert uns über die lieblingsmeldung aus der hausmeistereien kontaktiert uns über die bekannten kanäle also heute ging es an sich um tiktok alle quellen show notes wie üblich online gaste.com schrägstrich in dem fall folge 0 3 8 und uns könnt ihr halt kontaktieren und abonnieren bei apple podcasts spotify youtube oder einem podcatcher eures vertrauens und ganz frisch war ja auch mit erwähnten alexa flash briefings er sich erinnert aus dem anfang alexa spiel online geister und damit würde ich sagen was ist auch für heute ja ich bin so am ende angelangt hat mich sehr gefreut christian mich auch tristan das war online geister radio bei netzkultur social media und pr von und mit tristan berlet und christian allner alle links zur sendung kontaktmöglichkeiten das archiv zum nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com www.onlinegeister.com Untertitelung des ZDF, 2020